Sathnam ihr Lieben, ich freue mich sehr diese Meditation mit dir teilen zu können, weil sie wird dir in diesen auch manchmal schwierigen Zeiten helfen, dich vor Negativität zu schützen, vor deiner eigenen Negativität, dass du mit deinen Gedanken nicht Negatives projiziert, aber auch vor den negativen Projektionen anderer und es ist wichtig, dass wir dieses Schutzfeld aufbauen, wo wir uns ruhen können, uns sicher fühlen und in dieser Geborgenheit und Sicherheit verweilen können. Deswegen ganz viel Freude damit. Der Klang wird dir helfen, dieses Schutzfeld aufzubauen. Projiziere den Klang nach außen, bleib im Rhythmus und atme immer zwischen einem Durchlauf ein, also kurz davor ein und dann Chante durchgehend und dazwischen dann wieder kurz einzuatmen. Genau, ich wünsche dir ganz viel Freude damit und zu dem Video noch kurz. Es ist in El Hierro entstanden im Urlaub und es waren super schwierige Bedingungen, es war extrem stürmisch, aber es war mir trotzdem einfach wichtig, diese wunderschöne Landschaft mit dir zu teilen und ich hoffe, sie schenkt dir einfach Weite und Kraft. Und ja, wenn du viel mehr noch mit deiner Seele verbunden sein willst und wirklich deinen Weg gehen möchtest, also deinen Seelenweg, dann habe ich ein ganz besonderes Angebot, das eigentlich richtig krass ist und das habe ich bis jetzt noch gar nicht öffentlich verkündet. Ich biete ein Jahr mein Seelenweg Coaching zum halben Preis an und am Top gibt es sogar noch ein Geschenk von Denis Salomon und zwar kriegst du einen Monat lang deine Videos umsonst geschnitten und auch Beratung bezüglich YouTube und Sichtbarkeit. Das heißt, wenn du dein Herzensprojekt findest in diesem Jahr, dich sichtbar machen möchtest damit, dann wirst du auch Videos haben, die dich präsentieren, die dein Herz, deine Seele zum Ausdruck bringen. Und ja, ich freue mich einfach sehr, dass ich diese Aufgabe habe, Menschen in ihre Größe, in ihrem Potenzial zu führen, herauszufinden, wofür sie hier sind und mit Hilfe von Numerologie, Kabbalah, um dann wirklich ins Coaching und durch tiefe Heilung auf diesem Weg Menschen zu begleiten und ich freue mich sehr. Das Angebot geht noch bis Ende des Monats, kommt gerne dazu und du kriegst dein Goodie auch noch einen Monat umsonst Videos und ja, weitere Infos findest du dann in der Infobox. Lass uns beginnen. Wundervoll, lass uns beginnen. Bring die Hände in Gebetshaltung, streck die Wirbelsäule, schließ sanft deine Augen, atme tief in den Bauch, mit Chanten einmal Om Namu Guru Dev Namu uns einzustimmen, Atme dafür ganz tief ein, streck dich. Löse die Position, bring die Hände in folgende Position. Daumen sind verschränkt und die Finger sind wie zu krallen. Du bringst die vor dein Herz, das ist das Moodle und dann chanten wir Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde. Sechsmal liegt die Betonung auf Go und beim siebten Mal auf die letzte Silbe da. Ja, dann komm in die Position und scharte mit mir und gib dich einfach den Fluss des Klangs und deiner Stimme hin. Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde. Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde. Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde, Go Binde. Go-ב�ind. Das geht los,不是, über die GehenIB. Sie werden nach如ist ihn, ihn bes trillion en die GehenINA. Das Damn! sie werden nach如ist ihn. Musik Schöne Gubinde 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 Goe nieuwe günen Goe nieuwe gän Gubinde Gubinde Juhla und oh und Das war jetzt kein Mal. Gubinde Gubinde Gubben, Gubben, Gubben. and then go when they go when they go and then go and then whom I know when denn go undi-go! bin they so good one and and go when they go in the cool and what I'm and do mundo 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 되고 Bend Gubinde, 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 Gubinde. Gubinde, Gubinde, Gubinde. Gubinde, Gubinde, Gubinde. 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 Cabin der kubener kubaranter kubaranter kubana google in der kubana guban den google in'll 1 2 5 6 6 8 11 gut Gubben, 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 Gubben. Gubben, Gubben, Gubben. Gubben, Gubben, Gubben. Halte kurz den Atem in angezogener Wurzelschleuse. Atme dann ständig aus und spann die Haltung. Bring die Hände in Gebetshaltung. Spür kurz nach innen. Lass das Mantra nachwirken. Fühl den Schutz um dich herum. Mit Chant noch einmal Sat Nam um die Praxis zu beenden. Sat Nam. Ich freue mich sehr, dass du mitpraktiziert hast. Komm gerne in Kundalini God Tribe und praktiziere täglich live mit mir. Sat Nam.